Hi, ich bin Ben und ich werde Kaufmann im E-Commerce. Ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce hier bei Leindecker Holzland in Trier. Viele würden sagen, E-Commerce bedeutet nur der Online-Handel, aber zu E-Commerce gehört noch viel mehr, auch das ganze Online-Marketing gehört dazu. Auf der einen Seite wird dort die ganze digitale Seite bearbeitet, sei es Homepage, Social Media Kanäle und alles andere. Anlage von Artikeln, von Artikelbildern, Zuordnungen von Artikeln in verschiedene Kategorien, dass wir dem Kunden das Produkt bestmöglich verkaufen können, die Beschreibung bestmöglich auf den Kunden anpassen. Da das Berufsbild des Kaufmann im E-Commerce relativ neu ist, gibt es da natürlich auch viele Möglichkeiten, die man nach der Ausbildung hat.